Und jetzt schaut mal kurz in den Chat, Freunde, denn jetzt zeige ich euch meine neuen Minecraft-Namen. Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es gibt zwei Sachen, die sich... Drei... Vier... Voll viele Sachen haben sich einfach geändert. Zunächst einmal, was euch wahrscheinlich direkt als erstes aufgefallen ist. Hier ist ein neues Mikrofon und ich hoffe, ihr mögt die Qualität und ich bin... Ich bin komplett begeistert. Ich zeige euch mal, wie das hier gerade aussieht. Und zwar ist das hier einfach mein Mikrofon mit dem Gelenkarm. Der steht da jetzt ganz simpel und dann habe ich nur ein so ein Ding. Nur so ein Ding. Ich weiß auch, kennt ihr doch damals die Zeiten, wo ich da draußen Mischpulte stehen habe? Nee, ist vorbei. Nur noch ein Teil. Das ganze Equipment, was ich hier jetzt am Start habe, kostet recht viel. Allerdings habe ich mir gedacht, die Sachen, die ich davor mal hatte, sind sechs Jahre alt gewesen und sind quasi auseinandergefallen. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal was gegönnt und ich hoffe, euch gefällt die Qualität. Das ist super. Also, ich finde es Hammer. Die zweite Sache ist, ich habe einen neuen Minecraft-Account. Wie es eventuell der ein oder andere mitbekommen hat... Ich glaube, es haben tatsächlich sehr, sehr viele mitbekommen. Wurde ich nicht nur bei Twitter letztens gehackt, sondern auch bei Minecraft bzw. Mojang. Und da habe ich nicht mehr Zugriff drauf, weil der Typ die E-Mail-Adresse geändert hat und dann mit dem Mojang-Support, die... Mit denen kann man nichts anfangen. Habe denen meine Daten geschickt. Ich habe denen sogar meinen Führerschein und Person und alles zukommen lassen, sodass die dann eventuell sehen, Okay, das ist der wirklich. Und dann habe ich denen meinen YouTube-Account geschickt und damit ich aufnehmen konnte und irgendwie... Und die so, nee, 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 nein, nein. Und da heute ja Freitag ist und alle schön ins Wochenende gehen, er war dann natürlich der typische Otto-Normalverbraucher in Deutschland. Ein ganz normales Minecraft-Video von Luca. Das habt ihr jetzt hiermit. Viele fragen sich jetzt, welchen Namen ich derzeit habe. Erstmal kann ich euch ja schon mal den Skin zeigen. Der Skin, den ich derzeit bei meinem neuen Account benutze, ist der hier. Ich wollte einfach so ein bisschen meinen alten Skin natürlich noch behalten, diesen ConCrafter-Skin, Aber ich wollte auch mal gern ein bisschen nackte Haut zeigen, deswegen habe ich jetzt... Wieso habe ich fucking Zuckerrohr? Deswegen habe ich mich jetzt für diesen Skin hier einfach entschieden. Ich habe meinen einfach so ein bisschen modelliert und hinter der Maske ist immer noch etwas verborgen, Aber das kann man, glaube ich, gerade nicht sehen. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht über dem Mikro herrede, weil das so ein Studiomikrofon ist und das ist so... Wow, wow, und wenn ich hier rede, dann hört es sich ganz anders an, als wenn ich hier rede und das ist... Ich finde es super. Ich versuche mal kurz auf den Gomme-Server raufzukommen. Vielleicht kann ich euch ja... Okay, ich bin ja noch nicht Premium. Ich bin jetzt mal einfach auf den HiFMC-Server gegangen, den mag ich zwar nicht so gern, Aber der ist tatsächlich gerade ganz schön designt und es ist ein Online-Server. Und jetzt schaut mal kurz in den Chat, Freunde, denn jetzt zeige ich euch meine neuen Minecraft-Namen. Ich gebe jetzt einfach mal ein, irgendwie, ja, das stimmt und jetzt schaut euch meinen Namen an, der ist nämlich... Ich bin Profi! Weil ich das bin! Ja... Das ist jetzt erstmal ein Übergangs-Account, ähm, wo ich mir jetzt gesagt habe, yo, ich will heute Minecraft hochladen Und ich will auch in Zukunft noch ein bisschen Minecraft nebenbei zocken, wenn ich irgendwie, wenn ein Video rendert oder so. Deswegen habe ich mir ein paar Namen überlegt. Ich wollte mich erst, hallo, mein Name ist Luca nennen. Das ging aber nicht wegen den 16 Charaktere, äh, Charakters, die man Charaktere... 16 Buchstaben darf das nur lang sein. Dann wollte ich mich schon so nennen, wer das liest, ist doof. Das war auch zu lang. Dann wollte ich mich nennen, wer das liest, stinkt. Das war aber, glaube ich, schon vergeben sogar. Dann wollte ich machen, wer das liest, hackt, wer das liest, kackt, wer das liest, furzt. Die waren alle noch frei, aber das ist jetzt nicht so ein Name, so. Ich möchte ungern Gommel sagen, yo, kannst du mich Premium machen? Also, yo, wie heißt dein Account? Ja, wer das liest, furzt. Ich bin Profi, das, äh, ist dann auf jeden Fall, ist, ist eigentlich kein Stück besser. Ja, das ist quasi das Einzige, was ich jetzt in diesem Video kurz sagen wollte. Ähm, mein neuer Minecraft-Account heißt, ich bin Profi. Das heißt, wenn einer von euch zufällig Mod ist oder jemand, der einen Mod kennt oder einen Admin oder so von irgendeinem deutschen, amerikanischen, whatever-Server, dann schickt denen doch bitte dieses Video und, äh, zeigt denen, yo, Concrafter, bitte erstmal Rang wegnehmen und irgendwie blocken, so, dass der nicht zocken kann, der Typ, der derzeit meinen Account gehackt hat und dann einfach, es wäre ganz nice, wenn dann, ich bin Profi, einfach einen YouTuber Rang bekommt, ähm, der hat dann zwar keinen Kanal und, ähm, den Namen, den gibt's auf YouTube auch, glaub ich, gar nicht, aber das bin ich. Weil ich bin ein Profi, ey. Ja, und das heißt jetzt auch schon vom Video. Ich will's gar nicht mehr lang drumrum reden, es ist sehr kurz ge... Komm, wir zocken noch eine Runde irgendwas. Da ich ja so ein PvP-Profi bin, ich bin ja übrigens seit neuestem sogar Profi. Ich, ich bin Profi! Habe ich mich für eine Runde Survival Games hier entschieden, das ist eine ganz, ganz alte Map, ich bin ja gerade immer noch auf Hive MC, ich habe auch gerade kein, äh, Optifine oder irgendwas drin. Ich bin ein King, ich lauf direkt in die Mitte, ich bin Profi, ich bin Profi, ich bin... Nein, ich bin der Dungstar, ich lauf nach hinten! Ich bin Profi, on his way up to the tower, oh mein Gott, ach du, oh nein. Andere Spieler haben jetzt vielleicht schon Schwerter oder so. Ich hab einen Zeppling und kann damit die Natur bepflanzen. One hour later. Mann, ich hasse Minecraft PvP, das ist so, so langweilig. Hallo, ist hier jemand? Two hours later. Ja, also ihr könnt mir auf jeden Fall auch mal gerne in die Kommentare schreiben, ähm, ob ihr meine Namen toll findet, ob ihr die, äh, Mikrofonqualität... Das würde mich halt echt interessieren. Findet ihr das okay oder sagt ihr, nee, das ist ja schlechter als vorher? Also ich denke, viel schlechter als vorher kann es nicht wirklich sein. Ich verlinke euch mal das letzte Video hier. Da, ähm, hört man schon hart scheiße, wie die Qualität ist. Three hours later. Ich bin echt kurz davor, das Video hier jetzt gerade zu beenden, ne? Ich sehe einfach überhaupt gar... Oh mein Gott, da ist ein Gegner! Oh mein Gott, da ist ein Gegner! Das war's mit diesem Video, meine Damen und Herren und Freunde und Freundinnen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Ich hab meine Minecraft-Account zwar nicht zurück, da sind wir noch dran. Mit Mojang am Schreiben, auch über mein Netzwerk Studio 71. So ein bisschen so, hey, bla, könnt ihr mir das nicht wiedergeben? Aber ich hab mir jetzt auf jeden Fall erstmal einen neuen Account hier zugelegt, damit ich ein bisschen was aufnehmen konnte. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, dann, äh... Ciao! Ciao!